Kamera und Howard! Auch wir haben online weiter geprobt. Man kann natürlich Textproben machen, man kann sich verständigen, man kann reden. Aber Proben würde ich das nicht nennen. Eher Vorbereitung, Hufe scharrend, um endlich baldmöglich wieder sich auch nahe zu stürzen. Im Realitäts, auf einer Probebühne. Ich bin hier der Verantwortliche dieser Sendung und ich befehle dir, Howard, deinen Platz zu wollen. Was soll ich jetzt machen? Und zieh ihn doch einfach vom Stuhl runter, keine Ahnung. Ja, es ist ein Vielfach-Oscar-prämierter Film von 1975. Also eine amerikanische Geschichte von einem Nachrichtensprecher, der vor laufender Kamera ankündigt, sich umzubringen, weil er sozusagen entlassen wird. Seine Zeit ist vorbei, der Frust und der Zorn entlädt sich und er will das sozusagen öffentlich demonstrieren mit einem Selbstmord. Howard, jetzt lass den Scheiß tischlos! Hey, 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 3, 2, 1, K1, jetzt Act! Hier ist wieder Howard Behehl, willkommen zurück zu den Abendnachrichten. Jetzt hinkt mir doch jemand, der in die Aue ist, lass den Scheiß-Tisch los! Es gibt eben ein Theaterstück basierend auf diesem Film. Das wurde jetzt ins Deutsche übertragen und wir machen die deutsche Erste Aufführung. Das war's für heute, der in die Aue ist, lass den Scheiß-Tisch los! Das war's für heute, der in die Aue ist, lass den Scheiß-Tisch los! Das war's für heute, der in die Aue ist, lass den Scheiß-Tisch los! Das war's für heute, der in die Aue ist, lass den Scheiß-Tisch los! Das war's für heute, der in die Aue ist, lass den Scheiß-Tisch los! Das war's für heute, der in die Aue ist, lass den Scheiß-Tisch los! Untertitelung des ZDF, 2020